Mein Name ist Otto Wotznerk, ich komme von der Firma Vago Kontaktechnik aus Minden und wir haben mit Werk 2 und Avato hier ein ganz besonders innovatives Projekt angefangen vor anderthalb Jahren und es war eine Riesenfreude dieses Projekt auch mal anderen Unternehmen vorzustellen und auch die Reaktion zu sehen. Ich habe schon eine positive Reaktion erwartet, das hat jedoch meine Erwartungen noch mal deutlich übertroffen, denn die Begeisterung war doch ziemlich groß. Das zeigt, dass wir in dem Projekt wohl den richtigen Weg gewählt haben und die Ergebnisse, die ich heute auch schon mal zum Teil präsentieren konnte, haben tatsächlich für viel Eindruck gesorgt. Mit dem weiteren Projektverlauf zeigt sich auch, dass die Auswahl für die Entscheidung für Werk 2 für die Print Suite goldrichtig ist, denn wenn man mit so einem innovativen Projekt nicht rechtzeitig fertig wird, gibt es halt mit der Print Suite die Möglichkeit auch noch alternative Wege viel schneller Kataloge zu generieren, auch wenn vielleicht nicht ganz so innovativ und mehr auf dem klassischen Weg. Wir können aber unsere Termine erhalten und können parallel den innovativen Weg weiter ausbauen. Die Veranstaltung ist wie die letzten Male auch, wo ich dabei sein konnte, ein Riesenerfolg. Es ist schön mal wieder alle Leute zu sehen, alle Leute zu treffen und die Location ist nach wie vor ganz besonders schön. Als Vortrag hat man den Riesenvorteil, ein ganz besonders schönes Zimmer zu bekommen. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und der Riesenvorteil ist so, wie wir es mit der Riesenvorteil, ein ganz Open-Riley zu bekommen. Und dann sehen Sie aus dem Riesenvorteil, ein sehr guter Gegenüber und ein sehr guter Gegenüber. Und dann haben wir jetzt noch zusammengefehren, die Worteil mit einmal gewonnen, Worteil mit dem Krebs-Liveau mit dem Krebs-Liveau.